Musik Ist die für mich? Nein. Warum bist du dann gekommen? Weil du es mir gesagt hast. Ich hätte nicht gedacht, dass du dich erinnerst. Ich erinnere mich an alles. Du musst mir sagen, wer dir das Gift gegeben hat, Madeline. Ist er tot? Ja, er ist tot. Gut. Er hat mir gesagt, du hast mich nicht verraten. Verraten. Farid hat verraten. Betray. Verraten. Farid hat verraten. Ich verstehe, dass du Menschen nicht vertrauen kannst. Du auch nicht. Ich weiß nicht, ob du wolltest, dass ich herkomme. Oder warum du vorhattest, Blofeld umzubringen, oder wer dir das Gift gegeben hat, oder wie lange du für sie arbeitest. Aber was ich weiß... Vorhaben hatte vor, haar vorgehabt. To plan, to intend. Vorhaben hatte vor, haar vorgehabt. Wie es ist, dass ich für gefühlte fünf Minuten meines Lebens alles mit dir wollte. Und nicht, weil mir das Vertrauen fehlte. Da war nur dieses Gefühl. Und ich weiß, ich bin hier, um rauszufinden, wer dir das Gift gegeben hat. Aber ich gehe hier nicht weg, ohne dass du weißt, dass ich dich geliebt habe. Und dich weiter lieben werde. Und dass ich keine einzige Entscheidung bedauere, die mich zu dir geführt hat. Bedauern, bedauerte, hat bedauert. To regret. Bedauern, bedauerte, hat bedauert. Außer der, dich in diesen zuzusetzen. Weißt du, was das Schlimmste an dir ist? Mein Timing. Mein Sinn für Humor. Echt? Was? Du siehst... Du siehst unglaublich aus. Du siehst. 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 Vielen Dank.